Um ein Oktoberfest zu erleben, muss man nicht unbedingt nach München fahren. Ballermann-Partys feiert man längst nicht mehr nur in Mallorca. Und ja, auch um bei einer Apri-Ski-Party mit dabei zu sein, braucht man nicht mehr in ein Skigebiet zu fahren. Letzteres gibt es, dank dem Veranstaltungs- und Partyservice Schwarz, bereits zum siebten Mal auch in Zwickau. Hallo! Die Zwickauer haben es wirklich gut. Die Apri-Ski-Party steigt nicht vor der Haustür der Stadt, sondern quasi im Wohnzimmer. Sprich, mitten im Stadtgebiet, auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Ein paar wenige Minusgrade mehr und es wäre wirklich eine richtige Apri-Ski-Party geworden. Aber so gab es nur einen Mix aus Regen und Schnee. Dennoch strömten über 4000 Party-People ins Festgelände. Ja, also wir sind selber überrascht und erstaunt. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die den Mut gefasst haben, heute bei diesem vorsichtig ausgedrückt Scheißwetter hier auf den Platz zu kommen. Mittlerweile denke ich mal, ist die Veranstaltung auch so bekannt in Zwickau und Umfeld, dass viele Leute eben einfach auch wegen der Party herkommen. Und jetzt ehrlich gesagt in den Skigebieten ist auch nicht gerade das beste Wetter im Moment. Da hatte Ralf Schwarz ohne Zweifel recht. Um Lawinen musste man sich in Zwickau jedenfalls keine Gedanken machen. Wer an einen Schirm gedacht hatte, der war allerdings gut beraten. Mit der richtigen Party-Mucke und mit heißen Winter-Go-Go's war der Regen aber schnell vergessen. Die Zwickauer und deren Gäste können feiern. Die Bilder sprechen für sich. Die Zwickauer und der Gäste können feiern. Die Zwickau und der Gäste können feiern. Dank der Firma Wagert konnten wir uns die Party auch mal aus luftiger Höhe ansehen. Frieren musste in dieser Nacht nun wirklich niemand. Da gab es ein offenes Feuer, Heizpilze, wärmende Getränke und jede Menge Bewegungsmöglichkeiten. In erster Linie war natürlich Tanzen angesagt, aber man konnte sich auch mit Tannenbaum weitwerfen, sportlich auf Temperatur bringen. Gegen 21 Uhr waren es schon 50 Mann sind es bestimmt, genau. Bester Wert bis jetzt? Also da weitest du 10 Meter, 10 Meter mehr. Den Siegern winkten tolle Preise, so zum Beispiel zwei Eintrittskarten der Kultur Z. Apropos, nicht nur die Besucher hatten etwas von der Party, man feiert hier traditionell für einen guten Zweck. Ja, wir haben wieder die Tombola, unterstützen damit ganz sehr das Spielhaus in Zwickau. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Wir bedanken uns in dem Wege nochmal bei der Industrie, die uns die ganzen Preise zur Verfügung gestellt haben. Und das ermöglicht im Prinzip sozial schwanken Kindern in die Auffangstelle in der Hauptstraße Spielhaus zu gehen. Und wird auch gut betreut zu werden. Das ist uns ganz wichtig. Kinder sind unsere Zukunft. Und aus dem Sinne oder aus dem Grund machen wir das natürlich jedes Jahr. Und jetzt möchte ich euch zwei junge Damen vorstellen, die wir jedes Jahr zur Apropos-Party haben, nämlich Schnee und Flocke und... Auch in diesem Jahr führte Daniel Pavel von Radio Zwickau durchs Programm, akustisch unterstützt von DJ Ash. Optisch wurde die Show von zwei hübschen Schneeflocken aufgewertet. Eine andere Aufwertung fiel leider den Temperaturen und dem Regen zum Opfer. Wir haben uns gestern ganz viel Mühe gegeben, haben noch eine Schneebar gebaut, die so als Willi-Bar eigentlich sein sollte mit Beleuchtung und allem. Heute, wo wir gekommen sind, war sie fast abgedauert. Also das ist schade drum gewesen. Aber vielleicht haben wir irgendwann das Glück, dass wir sie bauen können. Doch auch ohne die Schneebar hatten die Partybesucher ihren Spaß. Und jetzt hier, los geht's! Heute ab dem Skilparty, gefällt's euch? Ja, schön! Na klar! Was ist das Besondere? Das Besondere, dass es hier immer anders ist als sonst immer alt. Die Musik und der Alkohol! Ja, die Stimmung allein schon und die vielen Menschen und dass es halt immer auch nur einmal im Jahr ist. Da hier in der Umgebung nie was los ist, ist das hier richtig cool und ja, man muss noch nicht extra nach Österreich fahren. Okay, dann doch viel Spaß! Ja, danke! Auch die siebte Après-Ski-Party auf dem Platz der Völkerfreundschaft war ein Erfolg. Steigt im nächsten Jahr die achte? Also ich möchte doch definitiv sagen, ja. Na, das sind doch tolle Aussichten und wer weiß, vielleicht klappt es 2020 ja auch mal mit dem Schnee. Wir sind auch alle zusammen! Achtung! Hey! Wir wollen die Eisnern sehen! Hoho! 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 Wir wollen die Eisnern sehen! Hoho! 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 Vielen Dank.